Zu einem schweren Kräch kam es am vergangenen Mittwochabend in Falkenstein, im Ortsteil Trieb auf der Bundesstraße B169 Falkensteiner Straße. Ein 63-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr von Bergen aus Richtung Falkenstein. Dabei verlor er in einer Rechtskorve die Kontrolle und kam links von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen das Geländer einer Brücke, landete in einer Böschung und kam an einer Hauswand zum Stehen. Bei der Kollision wurde das Brückengeländer abgerissen. Der Pkw schlug gegen ein Garagentor und beschädigte dabei stark das Mauerwerk des Hauses. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Beim Einsatz waren 40 Kameraden der Feuerwehren Falkenstein, Bergen, Schönau, Trieb und Oberlauterbach. Die Unfallursache war vermutlich eine nicht angepasste Geschwindigkeit.